hallo und herzlich willkommen ich kann es heute nicht sein lassen dritter advent ja ist ein bisschen weiß geworden unter mir mache doch noch ein kleines video heute bin ich mal so ein bisschen auf den spuren hier von kmi unterwegs und wenn ihr wissen wollt wo ich jetzt hier bin kommt einfach mit und viel spaß mit diesem video so jetzt wird der weg ein bisschen schwieriger tja hier ist dann noch ein teich Musik 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 So, dann sind wir jetzt hier bei der sogenannten Karl-Mai-Höhle. Die geht noch ein ganz schönes Stückchen weiter. Musik Musik Hier ist bloß viel Wasser drin. Aua. Hätte nie gedacht, dass das so ein langer Gang ist. Jo. Und hier Schluss. So. Na gut, hier gehen wir jetzt nicht weiter. Da ist es ein bisschen zu flach jetzt. Gut, hier gehen wir wieder zurück. Du musst mal echt aufpassen, dass eigentlich das Wasser nicht in die Schuhe läuft. Da. Oh, yeah. Ba. Sa. Ja. Ja, also wie gesagt, ich bin ja schon wieder mal richtig glücklich, heute wieder eine Höhle zu besuchen zu haben. Wie viele Höhlen es überhaupt auf der Welt hier gibt. Wahnsinn. Musik Ja, auch. Ich liebe es Leute. Ja, ich bin ja schon wieder mal. Tschüss. Tschüss. Ja. Ja, ich bin ja schon wieder mal. Wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020